Der von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vorgelegte neue Pakt für Migration und Asyl ist ein unheilvolles Gebräu aus Illusionen und Verantwortungslosigkeiten. Es beginnt schon mit der Rahmensetzung eines neuen Gleichgewichts aus Verantwortung und Solidarität. Klassische politische Nicht-Begriffe, mit denen aufgedrängte Verpflichtungen durch die rosarote Framingbrille verschleiert werden sollen. Natürlich hat die EU für illegale Migranten, die an ihre Grenzen kommen, überhaupt keine Verantwortung. Die vorgeblich Schutzbedürftigen sind zu diesem Zeitpunkt bereits durch sichere Drittstaaten gezogen, also nicht mehr auf der Flucht, falls sie es je waren. Und Solidarität im Sinne einer Übernahme von Migranten aus Erstzutrittsstaaten ist ein weiterer Fehlbegriff, mit dem die fortgesetzte rechtbrechende Verletzung von Dublin III durch Angela Merkel im Nachhinein legalisiert und der Weg von der Außengrenze der EU direkt nach Deutschland automatisiert werden soll. Nichts davon ist im Interesse Deutschlands oder anderer Mitgliedstaaten. Nun, die Vorstellung, Fluchtursachen in den Heimatländern durch europäische Geldspritzen abzubauen, ist geradezu abenteuerlich unsinnig. Ein europäisches Sozialniveau wird dort sowieso nicht erreicht. Hingegen aber werden nur mehr Reisemittel für die Schlepperwege geliefert. Auch wechselseitig vorteilhafte Partnerschaften mit Drittstaaten, wie es heißt, braucht niemand. Diese Staaten sind schon jetzt verpflichtet, ihre Bürger wieder aufzunehmen und gegen Schleuser vorzugehen. Das ist nicht erst mit erleichtertem Zugang zu Visa und Arbeitsgenehmigungen zu erkaufen, sondern im Gegenteil nötigenfalls durch Druck umzusetzen. Deutschlands bereits vielerorts bestehendes wirtschaftliches Engagement bietet dazu genügend Ansatzpunkte und kürzlich brachte etwa beim Chef Sommer hier auch noch Visa-Beschränkungen als Druckmittel ins Gespräch. Die EU gesteht nun also das Scheitern ihrer bisherigen, völlig ineffizienten Grenz- und Asylpolitik ein und zieht daraus die Konsequenz, eben dieses Scheitern in Gesetzesform zu gießen. In diesem Diktat aber des EU-Einwanderungskartells soll Dublin III und damit der letzte Rest deutscher Souveränität in Fragen der Grenzsicherung außer Kraft gesetzt werden. Eine verpflichtende Verteilung auf europäische Länder ist als bekannte Brüsseler Arroganz aber abzulehnen und im Übrigen aussichtslos. Die dafür beschworene Krisenlage, in der das dann greifen soll, ist natürlich Alltag an den EU-Außengrenzen. Und wenn man hört, dass bei einem größeren Ansturm auch Migranten mit ungeklärtem Status umverteilt werden sollen, zeigt sich wieder die blanke Umsiedlungsabsicht dieses Plans. Und die Idee, dass Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, für die Ausreise oder Abschiebung abgelehnter Asylbewerber sorgen sollen, die bekanntlich meist nicht klappt. In Deutschland haben wir deshalb schon einen Rückstau bei der Abschiebung von über einer halben Million Personen. Eine solche Idee kommt schon einer Verhöhnung dieser Staaten gleich. Denn dafür blieben ihnen acht Monate und gelingt die Rückführung dann nach acht Monaten nicht, sollen diese Staaten eben auf diesen Migranten dann doch schlicht sitzen bleiben. Was wäre zu tun? Alternativ müssten doch die Ursachen des Scheiterns der bisherigen EU-Grenz- und Asylpolitik behoben werden. Schluss mit der Ausfall des Sozialsystems durch einen Asyltourismus innerhalb Europas. Etwa durch eigenmächtiges Außer-Kraft-Setzen der Dublin-3-Regeln. Rückschiebungen in sichere Herkunftsstaaten und Anrainerländer der EU. Auch unter Zuhilfenahme diplomatischen und wirtschaftlichen Drucks. Dann konsequente Grenzsicherung und Bekämpfung auch des Schlepperunwesens. Deutschland darf sich hier nicht Brüssel ausliefern. Der Zustand einer unkontrollierten, unbegrenzten Masseneinwanderung darf nicht Gesetzesform annehmen. Die Zukunft Europas hängt davon ab, ob die Regierungen endlich für die Interessen ihrer eigenen Völker eintreten oder aus falschen, pseudohumanitären Gründen das Ende Europas, wie wir es kennen, besiegeln. Das betrifft nicht nur eine verantwortungslose Zuwanderung. Keinesfalls liegt auch nämlich das vorgängige Interesse der einzelnen Mitgliedstaaten etwa in einem brachial von Brüssel durchgesetzten EU-Superstaat. Der Plan von der Leyen zeigt die gefährliche und brutale antideutsche Grundhaltung dieser CDU-Politikerin, die sie ja bekanntlich mit der deutschen Kanzlerin teilt. Statt der berühmt-berüchtigten Merkelschen Legalisierung von Illegalität braucht es endlich eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und eine entschiedene Besinnung auf die legitimen Interessen der Nationalstaaten, also gerade Maßnahmen aus dem Markenkern der AfD.